Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video möchte ich euch ein Rezept vorstellen, ein Auflaufrezept. Und ja, leider ist mir das erst etwas später wieder eingefallen, deswegen haben wir jetzt hier schon die Zucchini mit den Tomaten in der Auflaufform. Das hier ist die Auflaufform. Und das hier sind die Zucchini. Die habe ich geraspelt mit einer Käsereibe. Und die Tomaten, ich habe drei Tomaten genommen und die habe ich gewürfelt. Also, das sind ganze Tomaten. Und die habe ich in Würfel geschnitten, also zunächst in Scheiben und dann gewürfelt. So sehen die nachher aus. So, okay. Ja, dann habe ich auch schon Knoblauch da drin. Den habe ich in ganz, ganz kleine Würfel geschnitten. Ja, das ist jetzt kein Knoblauch, aber ich glaube, das kann man nicht sehen. Also, auf jeden Fall ganz, ganz, ganz klein. So, irgendwie. So klein muss das gewürfelt werden. Dann kommt jetzt noch eine kleine Zwiebel da rein. Das ist nicht die Zwiebel, die hier reinkommt, sondern diese hier, die ist ein bisschen kleiner. Das ist eine große Zwiebel und das ist eine kleine, die kommt hier rein. Und die muss ganz klein gewürfelt werden. Das zeige ich euch jetzt. Und jetzt, ich versuche es so zu machen, dass ihr das ein bisschen sehen könnt. So, erst einmal brauche ich möglichst schmale Streifen. Schmale Streifen, das ist ein breiter Streifen. Und dieser Streifen hier ist schmaler. So, naja. Und wenn ich das in Streifen geschnitten habe, muss ich das noch einmal von der anderen Seite schneiden, damit ich so kleine Würfelchen habe. Bevor ich hiermit angefangen habe, habe ich die Kartoffeln, das ist eine Kartoffel, auf dem Herd stehen mehrere Kartoffeln, schon in Wasser eingesetzt, damit die fertig sind, wenn ich hiermit fertig bin. Und die werde ich dann ebenfalls würfeln. Würfeln, so wie ich die Tomaten gewürfelt habe. Genau, wichtig ist, dass ich hier drinnen, was ihr jetzt hier seht, also hier kommen die Gewürze rein, Pfeffer, Salz und was ihr sonst noch an Gewürzen nehmt. Wir nehmen außerdem noch Oregano, das, was ihr von der Pizza kennt, und Kurkuma, das kommt bei uns eigentlich überall rein, weil das sehr, sehr gesund ist. Ja, und dann könnt ihr je nach Geschmack ein bisschen Chili oder was ihr wollt eigentlich da rein tun. und genau, eine Sache kommt auch noch da rein, an frischen Gewürzen. Das ist Petersilie, die kommt auch noch mit da rein. So, und das ist eigentlich ganz einfach bei dem Rezept. Hier kommen alle Gewürze und eigentlich alle Zutaten rein. Auch schon ein kleines bisschen von dem Schafskäse oder Feta, sagt man auch. Aber wenn ich mich mit anderen Deutschen unterhalte, sprechen wir eigentlich immer von Schafskäse. dieser hier ist jetzt auch wirklich aus Schaf- und Ziegenmilch. Oft ist er aus Kuhmilch und wir sagen trotzdem Schafskäse. Das hat sich so eingebürgert. So, von diesem hier werde ich ein kleines bisschen mit den anderen Sachen mischen und der Rest kommt, wenn die Kartoffeln mit darunter gemischt wurden, da darunter gemischt wurden, dann werde ich den Rest da drüber streuen. So, genau. Ganz wichtig ist auch, das dürft ihr nicht vergessen, dass ihr ein gutes Olivenöl nehmt, das da rein kommt. Da sind wir auch nicht besonders sparsam mit. Ich habe heute sogar sehr interessanterweise bei einem Arzt gelesen, dass man tatsächlich mit Olivenöl angeblich abnehmen kann. Obwohl das ja ein Fett ist. Das erinnert mich an mein letztes Video, in dem ich schon gesagt habe, dass es darauf ankommt, welches Fett ihr esst. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, schreibt mir das gerne. in meinen Kommentaren und dann mache ich vielleicht ein separates Video zu verschiedenen Fetten und welche man essen sollte und welche eher nicht. Ja, bis dahin wünsche ich euch alles Gute und werde euch dann gleich noch ein Foto hochladen, auf dem ihr dann noch ein paar verschiedene Stufen sehen könnt, wie sich das Rezept weiterentwickelt hat. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Untertitelung des ZDF, 2020